he 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 you will hold him down you knock him out hallolöchen sind wir wieder in einem offpick ranked ahhh ein ... 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 Sieht zumindest der Plan aus. Bitte nicht klappen. Nicht klappen. Guck mal, da ist eine PA und ein Kevin. Da hätte ein anderer Support besser zu gepasst, wobei ich sagen muss ein Juggernaut gegen A geht immer noch wegen der Silencer. Ich bin immer davon aus, dass Silencer... Oh. Oh. Die Frage, wo Silencer hingeht. Um. Um. Nicht bei einem. Guck. Warum ein Tarot-Blade? Holy shit. Wirklich die beiden auf der Leinen sind. Das ist ein gutes Argument. Ja, den sollte man nicht farmen lassen. Und wenn Slug irgendwann okay ist... ...zu stehen. Gucken. Ich dachte so viel. Es ist in der Bag. Es ist in der Bag. Ja. Wir haben eine gute Chance, wenn... ... 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 Oh, er hat nicht links fallen. Okay. Unten auch 5 Tangos. Hm, Pierre ist tot. Schlecht. Hm. Hm. So. Hm. Hm. Ah, sehen wir können ja nicht. Ja und das ist der Grund Wunderbar Ich weiß wer jetzt auf jeden Fall mal Wars holt Verwachen Silencer ist hier Ja Hm Hier Einer mehr überraschen Dammit Oh Okay Ups Ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Mana 0 zu 10 Okay Ich glaube als kleine Hilfe für mein Team wäre das gar nicht verkehrt Mh Ich bin aber noch an die Ancients ran Damit Knapp 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 Links auf Knapp 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 Whatever Wut Knapp Die der APP Und nicht Oh, Damage. Hm. Was ist denn hier? Ich weiß nicht, dass die Strecke auf der Karte ist. Ich weiß nicht, dass die Strecke auf der Karte ist. Ich weiß nicht, dass sie auf eine Fall-Wire haben. Ich weiß nicht, dass sie... Oh! Wunderbar, wunderbar, läuft doch. Mann, er ist offen. Ich habe gewundert, irgendwie sieht es so aus, als würden da Bäume fehlen. Damit. 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 Oh! Oh! He has no regen! One! 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 Vite! One! One! Passch estudbirth! One! Und? Oh! Oh shit. Neutrials haben mich erwischt. Das ist übel. Aber hey, sie haben wenigstens keinen Kill-Off nicht bekommen. Ach. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Maus ist ein bisschen nicht das, was ich, äh, macht nicht zwingend das, was ich von hier will. Ich bin einfach nur zu doof dafür. Auch eine Möglichkeit. Ich habe mehr Range als... Komm schon. Down you go. Dammit. Okay. Äh, der nächste Push müsste besser laufen. Hoffe ich nicht mal, wenn ich... Oh, das ist ich nicht für mich interessieren. Oh, jetzt. Äh. Swiftly. Okay. Wollen gar nicht zu mir. Ich will nicht argumentieren. Ich will einfach nur mal mit zwei Mann dahin. Um zu verteidigen. Oh. Oh. Ups. Haha. On. Agree. Oh, na. ja was ein bisschen level für uns ist doch mal was cast range warum nicht Okay, okay Here I come Dammet This one is all mine. Faster. Into the breach. To battle. I owe you one. Forward. I don't care. 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 Hm. Auch eine PA. Eine PA die umgedreht hat. Indeed. I'll not argue. I'll not argue. Let's go. I don't care. 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 Double damage. Into the breach. Silver mana regen. Und trotzdem. Ah ja. Let's go. Hey. Warum greift die? Sag das Team nicht an. Indeed. Oh ja. Faster. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Okay. Okay. Flimmer Cape zu spät eingesetzt. Agree. Hups. Hups. Da war eine PA. Forward. I thought as much. Oh ja. Oh. I thought as much. Weint das Original mal gewesen wäre. Forward. High temperaturen. You'll make a nice snow angel. Gold per minute. I'll not argue. Not enough mana. Joach. Ich bin Crystal Maiden. Und ich hab nicht genug mana. Oder wie. Naja. I move. Faster. Baites. Duh. Duh. Do 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 um Oh! Ehehehehehehehe nicht überhaupt. 20.000 Magic Damage. Das ist ein Jump-In mit einer mit Level 3 Ulti und einer killt mich und dann reicht es immer noch bei weitem nicht. Das war einfach nur zum Spaß. Oh, ich bräuchte noch ein bisschen. Oh, jetzt habe ich wieder genug. Das ist so cool. Jedes Mal wieder. Oh, was meiden die da so? Hm, ich will hier mal einen Bleizung geben. Dammit. 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 Das war's für heute. Das könnte helfen. Ansonsten. My patience is reward. I'll not argue. Into the breach. Here's ice in your eye. I move. Yes. Ah, ausgerechnet jetzt. Wo wir in Broca nicht killen konnten. Here I come. Let's go. Ah. Forward. Brr. That's nice. To battle. Oh. I'm under attack. Bangs of ice. I move. I thought as much. Yes. Hmm. What the hell. I'm way off. Swiftly. I move. I move. Into the breach. Faster. Agreed. Tha. No, so it's like I can't solve it. O, so it's like I can't help. Indeed. Maybe. Attack. Goodbye, Robi. Attack. See you soon. Das sollte helfen. Das ist Level 18. Das ist das. Silence, huh? Ich denke, wir haben nur Radiance. Mhm. Ah, dammit. Ah. Meine Fresse. Echt lang genug gedauert. Lang genug gedauert. Ah, dann hätte er nicht den Terminator für mich aufgehoben. Oh. 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 Also, willst du mich verarschen? Mal den sicheren Weg. Ja. Ja. Hm. Hm. So. Ein Gott. Da. Ah, ha, ha. Bitch, please. Let's go. Das hat mich zwar ein bisschen was gekostet. Von Abgingzeit. Aber ich habe nur einen Kill. Woker Kill. Solo bekommen. Määäh. Ja. Na gut. Oh. Ich bin wie zu früh, ja. yhm. Hm. Mhm. Mhm. Okay, wenn es so weitergeht, komme ich vielleicht doch noch auf die 20.000 Magic Damage. Mit. Ob ich tatsächlich mal den Jump schaffen würde. Das ist ja so. Den Walker. Immer wieder. Immer wieder. Hm. Okay. Okay. das war nicht Damit habe ich natürlich meinen Blink benutzt. Ich bin genau zur falschen Zeit. Damit... Hm. Oh, 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 ich bin auf dem Weg. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Dammit. Dammit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. I described... Ah. Oh, shit. Oh. Oh, shit. hm das ist doch langer ahhh das ist doch es geht immer besser Ich nehme dich! Warte, war das der echte? Komm schon, ich brauch nur 400. Seit Schwierigkeiten. Sch orderly, Warte! Hmm. 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 The enemy's bottom barrens is falling. You now have mega-treeks. Put your back into it. This one's almost done. Hmm. Hmm. Kaya, hmm. Oh, noch ein paar davon. Ah, jetzt kann man die mega-creeps einiges erledigen lassen. Wie gesagt, mir fehlt nicht mehr viel. Bis zu meinem... Ist der schon einen Mund? Ach nee, der hat... Okay. Mjölnir. 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 M infect. Mh m vaccine. Mh mh. Mh mh mh. Mh mh. Die Yes Here I come I thought as much Faster I'll not argue I move My ice fight Das Ding hat mich zerlegt. Wunderbar Let recogniz geral Hymn E choose Let's go Oh mushrooms Oh shit. Shit. Shit Shit. 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 Er Sigh Ahm, es fehlt nicht mehr viel. Au! Schade. Schade, ich habe nicht mehr ganz den Damage reinbekommen. Alter, hätte ich nur noch einen Moment, hätte ich mich besser hinter den Baum gestellt, hätten sie mich vielleicht nicht gesehen, wer weiß. Schade, aber Victory Prediction war wieder richtig, das ist mein dritter Ranked Sieg in Folge. Und ich krieg schon wieder einen Command und ich weiß nicht warum. Ich stehe 4, 8, 4, wenn das ist. Hm. Hm. Naja. Naja. Aber es war richtig, denen zu vertrauen. Oh, shit. Ich bin mal straight permanent am Gewinn. Aber ich frag mich warum. Slug? Sniper? Ich meine bei 10 Minuten stand es, ich weiß nicht, 12-1 mit den Kills. Aber. Ich bin auf die Silence abgewartet oder hätte ich während der Silence starten können. Dann hat mich keiner so schnell. Noch vor der Silence. Nämlich vielleicht nicht ganz so schnell auf die anderen konzentriert. Schade. Schade. Mal sehen was hier. 10.000 ist nur auf Freezing Field. Na gut, ich hätte auch noch hier ein bisschen Zero Total Damage. 300. 260. Ah, ja. Ähm. Der Invoker Key war gut. Aber ansonsten. Hat nicht viel zu tun. Na gut. Dann, äh. Schreiben wir mal die auf. 57. Klappen. Ich muss erst noch öffnen. MR. Ist gespeichert? Ja. Okay. So. 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 O nein. Das ist tatsächlich schon der, äh, 4. Sieg in Folge, nicht? Mhm. Was? Ah, 71. Okay, hat sich geändert, das waren 71 und gerade eben waren es auf 53, 54. Oh, sieht gut aus, sieht aus, als würde ich bald da mit ein bisschen Glück noch aufsteigen. Das wäre es doch mal. Da würde ich mich auf jeden Fall mal freuen. Oh, ich kann tatsächlich auch mal aufsteigen. Mal schnell gleich aufs Klo kommen und dann nächste Runde nochmal gewinne. Also, bis gleich.